Grüß euch liebe Ganofenbücher und Stritzi Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Rubrik Gedanken. Schon lange habe ich einfach nur so Gedanken gemacht. Ihr wisst schon, das ist die Rubrik, wo ich nicht fühle oder wo ich gar nicht schneide, wo ich einfach nur darauf losplaudere und so. Und ja, irgendwie ist man jetzt gerade wieder danach. Ich bin jetzt unterwegs, ich bin ein bisschen Radl fahren, ein bisschen draußen. Wetter ist hervorragend zum Sporteln ein bisschen und bin da bei mir in der Umgebung unterwegs. Und ich sage euch was, es ist immer wieder geil. Ich hoffe, der Wind ist jetzt nicht so übel und ihr hört alles, was ich sage. Aber schaut mal in die Richtung. Und jetzt schaut mal in die Richtung. Das ist der Puls, der uns Wiener am Leben hält. Das ist unsere schöne Donau. Und ich bin immer sehr entspannt und sehr beruhigt, wenn ich da an der Donau entlang fahre oder da meine Pausen mache auf jeden Fall. Und schaut mal da hinten, da ist Hochwasser. August 2002 ist die Markierung da oben. Das ist alles vom jetzigen Hochwasser. Das ist alles vom jetzigen. Noch angespült. Schlamm. Dreck. Aber was wollt ihr euch eigentlich sagen? Was wollt ihr eigentlich sagen? Geht's raus? Geht's in die Natur? So, das ist das Einzige, das kostet einfach nichts. Verstehst? Ihr müsst nicht irgendwie großartig in Urlaub fahren oder teure Fitnesscenter besuchen. Geht's einfach raus in die Natur. Es ist alles da. Ihr müsst auch nicht Radfahren gehen. Geht's wandern. Geht's einfach spazieren. Schau, da hinten kommt die Rollfähre. Die Fähre von Korneuburg Richtung auf die Klosterneuburger Seite rüber. Verstehst? Ja, einfach schön. Wie gesagt, ich hoffe der Wind ist nicht zu störend beim Audio. Geht's einfach raus. Betätigt's euch. Mir tut's sehr, sehr gut. Und Leute, wenn ich das kaufe, dann könnt ihr das schon dreimal. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie's ist. Und es ist wunderschön. Ich hau mich jetzt gleich wieder aufs Radl und mach jeden Tag jetzt meine eineinhalb, zwei Stunden. Die spazieren vor. Nicht auf Druck, ja. Wir wollen ein bisschen Gewicht verlieren zuerst einmal. Und dann gehen wir's eh wieder richtiger. Ich nehm euch gern mit auf diese Ausflüge. Und wenn's was zu sehen gibt, dann zeig ich euch das auch. Folgt's mir am besten auf Instagram. Da seid ihr täglich und immer aktuell und live dabei, wenn's um was geht. Dass es um was geht. Grüß's euch dabei. So. So.